Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Das wird schon Aus dir wird mal ein großer Kämpfer Hör auf Bilbo Ladies und Gentleman Es tritt vor Jim Belcher Ich setz auf der Dorn, Burschen Du hast einen viel stärkeren und erfahreneren Gegner nur mit deinem Verstand geschlagen Geh bei mir in die Leere Dann bring ich dich an die Spitze Der Kampf macht aus einem armen Schlucker vielleicht gar einen Prinzen Ist das ihr erster Kontakt mit der High Society? Ist es Du endest wie dein Großvater Ich bin nicht wie Erma Vorsicht, Vorsicht Du solltest dich schämen Lass mich in Ruhe Geh! Faustkämpfer sind für Rushworth nur eine bequeme Art des Geldmachens Darf ich vorstellen? Henry Pierce? Gegen so eine Bestie hast du noch nie gekämpft Der treibt dich durch den Ring Du musst dich fragen Ob du das wirklich willst Der Preiskampf um die Meisterschaft Das ganze Land ist schon im Fieber Ein richtiger Kämpfer bist du jetzt Es reicht, ich hab genug gekämpft Er glaubt an dich, Cem Das tun wir alle Man muss wissen, wer man im Leben ist Wenn dein Grab sich füllt und dein Leib dort verfolgt Hinterlässt du der Welt nur deinen Namen Cem! Welcher? Du selbst entscheidest, was für ein Mann du bist Eine Chance Ein Kampf Du könntest Meister von England sein Dein Untertitelung des ZDF, 2020